Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Lags aussieht. Ich habe nichts verändert und bete einfach mal, weil ich weiß echt nicht, was der Fehler sein sollte. Irgendwas mit meiner Codierung soll sein, aber egal, egal, egal. Wir sind hier, um die Box Insta zu finden. Oh, zusätzlich haben wir natürlich die Eerie Addons mit dabei von Pinhead. Damit können wir mit unseren Chains Insta-Dimension und die Survivor sehen die Box auf einer bestimmten Range nicht und haben wahrscheinlich kein... An zwei Survivoren vorbei. Eiskalt, eiskalt, an zwei Survivoren vorbei. Oder? Egal, du juckst mich ehrlich nicht, ne? Juckst mich wirklich nicht, Tommy. Ja, so will ich das sehen! Das ist the way to go. Das ist the way to go. Das ist mein way to go. Und es juckt mich nicht, dass du die Box machst. Ich gucke auf meine Aufnahme während der Szene. Ja! Okay! Okay! Bitte, 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 bitte. Ich bin so paranoid gerade! Ich bin so paranoid! Aber egal, einfach mal nicht paranoid sein, alles ist gut. Junge, bitte rauf zu nerven. Es ist wirklich... Der Boden los gerade, hä? Was ist mit ihm? Also ehrlich? Oh, fuck. Bin ein bisschen weiter... Warte, er hat's nicht fertig gemacht. Er wird die ganze Zeit von Chains harassed! Achso! Warmer. Warme. Achtet aufs Gameplay. Achtet nicht aufs Gameplay. Ist Trash-Gameplay. Okay, wartet. Nein, was? Movement God einfach, hä? Bruder, was ist mit ihm? Er irgendwie outmooft er mich? Ich verstehe nicht, wie? Aber er guckt nicht nach hinten. Also juckt ihn wahrscheinlich nicht sonderlich gerade. Ja, Jack Pellet droppt er auch einfach. Indem ich... Jack direkt draus zu haben, ist fein für mich. Smart gemoved hier, aber für das, dass er nicht zurückguckt... Achso, jetzt guckt er zurück. Okay. Meine Chains sind nicht sonderlich gut, ne? Ich freue mich schon auf die Pinhard-Sessions. Die Training-Sessions. Ja. Hallo. Könnte ich bitte mal endlich meine fucking Box bekommen? Danke. Okay, dürfte eigentlich niemand hier sein. Ja, Rescue ist durchgegangen. Sehr gut. Achso, da war direkt ein Hook daneben. Und dadurch, dass wir die Box haben... Es ist alles you. Es ist alles you. Ich habe leider jetzt halt... Keine Ahnung, wo die sind, Alter. Kick den Chen hier, glaube ich, einfach mal. Einfach mal einen schönen Chen-Kick hier machen. Achso. Kein Bock, oder? Junge, bei mir laggt sogar alles. Was willst du? Okay. Wenn du so willst, ist es okay, I guess. Okay. Einfach canceln. Der Baum! Der Baum, das sind nur wirklich... Die Box hätte ich aber schon sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Die Box hätte ich sehr, 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 sehr gerne. Ja, ist die Eryadons von Pinhard wirklich bodenlos, wenn ich ganz ehrlich bin? Boah, das habe ich ein bisschen zu sehr gehofft, muss ich sagen. Aber wirklich bodenloses Ery. Das mit dem Survivor-Scenien außerhalb der Range nicht, finde ich noch okay. Kann man machen, aber... Dass man mit den Chains damagen kann, das ist crazy. Das ist crazy. Das ist richtig fucked up. Das ist richtig fucked up. Aber okay. Erstmal hooken. Erstmal wieder hooken. Ach ja, stimmt. Wir sind ja jetzt nur noch die Reise warm. Aber auf vier Chains, weil keiner Bock hat. Das Ding ist, bei dem Add-on, wenn sie merken, dass ihr dieses Add-on habt... Ihr werdet zu viele Disconnects haben. Ihr werdet zu viele Disconnects haben. Und was ist gerade mit der Box? Die Box liebt mich gerade. Die Box liebt mich gerade. What the fuck? Holy shit. Ja, gedamaged. Nice one. Ich weiß auch, wo Clödias ist. Die ist hier wahrscheinlich Shag irgendwo dann. Soll ich sie vielleicht damagen? Wisst ihr was? Ich glaube, ich damage sie. Was? Nein. Ich wollte cancelen. Ich habe mich verklickt. Ich voll die... Wo denn, Clödias? Willst du das wirklich tun? Willst du wirklich die Box machen? Glaubst du wirklich, dass das der Play jetzt? Wo sind die überhaupt? Okay. Funktioniert gut, ne? Funktioniert ja toll. Wow. Hört ihr voll Bock? Ja, ha, ha. Gemint, Gamed. Ey, Junge. Also die Box bekommen wir viel zu oft gerade. Das Addon ist dumm. Das Addon ist dumm. Das ist eins der dümmsten Addons. Das ist wirklich auch eins seiner besten Addons, muss man sagen. Holy shit. Wirklich. Wie oft haben wir die verdammte Box bekommen gerade? Wow. Es ist fucked up des Todes. Ich glaube, ich underrate das Addon sogar ein bisschen, dass sie die Box nicht in Range sehen. Ich glaube, das ist besser, als ich denke. Wow. Wow, 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 wow. Oh, wenn du die Box machst, du bist zu tot. Du bist zu tot. Ich spüre es dir. Vor allem wirst du von Chains Arrest. Na, schade. Ja, wisst ihr was? Einen schönen Teleport. Währenddessen bekomme ich meine Power. Kann die Power Insta usen? Nee, ist nicht ganz reloaded gewesen. Okay, ist aber fine. Ja, that's it. Ist halt eine Chain weniger wegen dem Eerie Fang. Oh, was? Wohin? Wow, smart one. Holy smartness. Ja, aber wie ihr seht, zwei Trains. Zwei Trains ist kein Massive Slowdown. Kann man natürlich trotzdem rocken, aber... Oh mein Gott. Ein Männchen, schade. Haha. Das wäre zu funny gewesen gerade. Okay. Was willst du tun überhaupt? Was ist dein Plan? Oh, dass das noch geht, ist halt jetzt ein bisschen frech, muss ich zugeben. Dass das geht, ist halt jetzt ein bisschen frech. Das war ein bisschen, ein bisschen weit weg, finde ich. Aber okay. Oh, that hard. Nice one. Nice DH. Was? Ja, reicht halt nicht. Okay. Trotzdem Bullshit. Trotzdem Bullshit. Das war ein Hit. Das kann man mir auch nicht anders erzählen. Das Ding ist Pinhead. Freue ich mich auch schon. Da werden wir auch mal eine huge Training Session machen. Ich mache jetzt gerade eine Blythe Huck-Tag Training Session. Werden dir wahrscheinlich auch mal ein paar längere Videos zu sehen bekommen dann. Macht mir echt Spaß gerade mit dem. Oh, hallo. Hallo. Jetzt erstmal wieder zeigen, wie dumm dieses Add-on ist. Okay. Ach, du läufst jetzt zu. Okay, juckt dich nicht, ne? Warte mal. Lydia? Nee, nee, Lydia. Okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Das wäre es gewesen jetzt. Das wäre es fucking gewesen jetzt. Ja gut, was soll ich tun? Ich weiß ehrlich gesagt von niemanden gerade so, wo er ist. Und heilen bringt sich für die halt nicht viel. Oh, sie machen es aber. Okay. Das Ding ist, sie werden halt instant gedamaged durch meine Chains. Also. Und da wäre ich wen. Ja, dachte ich mir schon, dass du dahin dodgst. Aufpassen, dass man die Chains natürlich nicht selbst breakt. Äh, du kannst dich nochmal dead haben. Katzen. Hier dürfte niemand sein. Oh, Smart Pickup. Kommt das normalerweise nicht mehr, glaube ich. Oder? Das ist so bodenlos. Das ist so bodenlos, diese Seldon. Ey, wirklich. Wow. Ja, schade. Ich wollte mich ein bisschen hinter einem Locker noch verstecken, dass sie mich nicht gut sieht. Aber ich schätze, ihr habt meinen schönen, hübschen Pinhead-Ass noch gesehen. Schade, Mann. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Warte mal. Bin ich dumm? Hat die Lucky Break? Oder bin ich wirklich blöd? Oder hat sie Parental Guidance und ist direkt gehealt? Okay. Okay. Ich habe nichts dagegen, wenn das Game hier noch ein bisschen länger dauert. Ich habe echt gerade Spaß, muss ich sagen. Da bist du. Alle. Du Reudige. Du Reudige. Ich wage es nicht, überhaupt dran zu denken, mich zu stunnen. Oh, was? Cool. Ja. Komm her für den Rescue. Ich hätte dich auch noch tot. Ja, okay. Bruder, was ist mit euch? Kannst du Cousins kommen her, oder was? Ja. Engineer's Fang of fucking Pinhead ist zu fucking strong. Das noch kombiniert mit sowas wie Original Pain oder so. Boah. Das ist bodenlos, wirklich. Das ist fucking bodenlos. Ja, ich habe die Chain gerade selbst gebrakt. Oh, Smart? Fake. Holy shit. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Oh, schade. Sie hätte sogar dead haben können jetzt. Aber sie hat es nicht rechtzeitig gemacht. Nehme ich an. Und sie ist dead. Sie ist dead. Dead, dead. Schöner Kick für die Points. Ja, 100 Punkte, Mann. Ja, Mann. Bruder. Okay, und wo sind die letzten zwei? Safe irgendwo hier noch beim Hook, oder? Ja. Oh, fuck. Der Turn war richtig bad. Der Turn war richtig bad. Dauert eine Zeit, bis ich es nachläd. Und sie dodged. Gut, weil es zu spät kommt. Gut, weil es zu spät kommt. Ah, aber es ist wirklich auch so easy, halt damit zu damagen. Ich bin halt wirklich nicht mal gut mit fucking Pindert. Wirklich nicht. Boah, Smart Spot. Smart Spot. Ja. Man tries, Mann. Man tries. Oh, sie wird so von Chains Arrest. Das ist so frech eigentlich. Wirklich. Das ist so fucking frech. Sie macht die Box jetzt wieder. Okay. Schaffen wir es wieder. Ja, was? Claudia ist so mad. Okay. Warte, wo? Ist sie schon weitergelaufen? Die Clödie hat's drauf. Das sag ich euch. Die Clödie versteht ihr Movement. Oh, ein bisschen zu weit. Aber es bringt dir trotzdem nix, Clödie. Es bringt dir leider trotzdem nix. Ja, ich kann so oft sammeln mit dem Shit, wie ich will. Das juckt nicht sonderlich. Bis ich den Damage bekomme. Bruder, bin ich mir gerade so scheiße? Ja, Bruder. Ist, glaube ich, auch besser für dich, wenn du läufst. Irgendwie solche, solche Fahrhits schaffe ich viel besser meistens, finde ich. Warte, wo ist sie jetzt schon wieder? Wie macht sie das? Das kann nicht lightweight sein. Das kann nicht lightweight sein. Ich bin echt interessiert, was für Perks sie hat. Ich bin echt interessiert. Weil das habe ich teils echt nicht verstanden. Das war wirklich lightweight. Maybe next time, babe. Bruder, ich habe gewonnen. Bruder, ich habe die Runde gewonnen. Was für maybe next time. Aber warte. Lightweight hat mich wirklich so hart zerstört? Bruder. Wow. Wow. Ich hätte echt gedacht, da wäre Parental Guidance und Lucky Break oder so ein Bullshit. Aber nee, das war lightweight. Lightweight finde ich sowieso underrated as fuck. Also wirklich, lightweight kann wirklich ballern. Gleich wie fucking Engineer's Fang. Das ist so ein dummes Add-on. Das hier ist auch solid auf jeden Fall. Und ja Leute, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Schreibt mir gerne, wie immer, die Meinung zu diesen dummen Add-ons in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, wenn es reingeht mit Art-Test. Und bis zum nächsten Mal, wenn es reingeht mit Art-Test. Und bis zum nächsten Mal, wenn es reingeht mit Art-Test.